Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Bart von Super Mario Advance. Wir waren ja kurz davor, diesen komischen Spassi zu töten. Okay. Okay. Boah, das war ein Headshot, aber richtig. Komm, spuck dein Eier, spuck dein Eier. Ach. Mann. Okay, getroffen. Komm, komm noch einmal, bitte, bitte, noch einmal mit... Oh nein, nicht so nah, bitte. Ach, Mann. Du, du. Ich tick ja gleich richtig aus. Ich schaue auf alles, dieses Scheiß. Jawohl, die Finger, du Scheißspassi Monster. Fick dich, du Scheiß. Fick dich, du Scheißspassi. Nochmal, 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 nochmal. Ja, komm. Ja, wieder da anfangen. Mann. Ich bin voll schlecht drauf wegen diesem Spiel hier. Mach mich voll aggressiv. Wer schon immer in seinem Leben aggressiv sein wollte, spielt dieses Spiel. Ach, Mann. Fick dich doch. Spuck doch mal Eier hier. Okay, getroffen. Noch ein Ei, bitte. Noch ein Ei. Noch ein Ei. Das wäre echt nett von dir. Ach, Mann. Oh, getroffen. Ach. Ja, was soll es mir nutzen, wenn ich hier lande, du Scheißspassi Monster. Ja, weil du finde ich auch Fick. Fick dich, du Scheißhuch. Und so. Wieder hier. Okay. Okay. Ja, Jill Fink, ja. Fick dich, du Scheißspassi. Mann. Hier gegen deinen Kopf, du Hohen. Spuck doch mal Eier hier. Okay, getroffen. Okay. Und mir fehlt sowieso noch die vierte Münze. Verdammte Scheiße, habe ich noch 99 Prozent. Okay. Leute, ich tic gleich richtig aus, aber richtig. Es geht weiter. Mann. Verdammt, dein Mist. Doch mal, ich bringe dieses Scheißmanch da rum. Okay. Ja, what do you think? Ja, du Scheißspassi. Das muss man dir eigentlich fragen, du. Du. Nochmal. Wieder hier. Aber davor ging er hier hoch. Wieso ist da... Wieso ist da... Ach, Mann, fick dich. Ach, Mann, ich will dieses Scheißmonster hier töten, Mann. Ich brauche zu lange für dieses Level. Es kann sein, dass ich hier schlecht spiele oder ich habe nicht die Skills dafür. Ach, komm doch nicht so nah. Hier, ich bleib da oben. Okay. Ach. Okay. Okay. Komm mit... Ey. Ach, Mann. Okay. In your face, du Scheißschlampe. Oha. Oha, 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 oha. Okay, 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 speichern, speichern, speichern. Hab gespeichert. Super, oder? Und es geht weiter. Und was gibt's hier? Hä? Hab ich das geschafft? Was? Hä? Was ist das für ein Gegner? Was ist das für ein Gegner? Wartet. Okay. Okay. Äh, ja. 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 Ich mach mal so. Fick dich, du. Mann, fick dich, du Spasti. Wartet. Nochmal versuchen mit diesem Scheißmonster. Aber ich verstehe gar nicht dieses Monster. Wie soll ich das treffen? Und wozu sind die hier? Wozu sind die Teile hier? Das verstehe ich ja nicht. Warte, komm mal her. Achso, so soll man. Aber, ach, das ist doch voll schwer. Okay. Scheiße. Ey, der Vogel ist doch voll dämlich. Was? Das war nicht der Boss? Ach. Scheiße, scheiße. Speichern. Das ist jetzt wichtig. Okay, ich hab gespeichert. Es geht weiter. Was? Was war das denn? Hä? Wie soll ich den Gegner hier besiegen? Hä? Ey, sag jetzt nicht, ich muss diese Gemüse fangen und auf den Kopf werfen, oder? Ey, das erwartet, das erwartet, der wird nicht wirklich von mir, oder? Ja. 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 Warte, ist das eigentlich so? Hä? Fick dich. Warte. Okay, wieder an der gleichen Stelle. Fick dich. Mann, ich hole mir jetzt dieses hier. Fick dich, komm nicht so nah. Junge, wie kann man dieses scheiß Monster besiegen? Tsk. 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 Achso, das lasst immer Lücken. Tsk. 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 man wartet also wieder hier wir haben noch ein paar sekunden bevor wir gegen diesen scheiß boss kämpfen in diesem part der letzte der nächste part ich glaube ist der letzte part und dann werde ich diesen scheiß spaß die besiegen richtig und wartet ja und ich muss auch nach mir beenden